Millionen Menschen stehen vor der Aufgabe, sich selber mit Energie zu versorgen. Für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Es gibt bei uns ganz unterschiedliche Häusetypen. Aber alle fragen sich, wie kann ich mich selber, mich und meine Familie so versorgen, dass Energie für mich bezahlbar und verfügbar bleibt. Wir wollen Ihnen das heute einmal vorstellen. So planen Sie Ihre Eigenenergieversorgung richtig. Hier ist der Verband Energieerzeugende Gebäude. Musik 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 Zwei Beispiele, zwei ganz unterschiedliche Häusertypen wollen wir Ihnen heute zeigen und durchdeklinieren, wie das Ganze funktionieren kann. Und wir denken, dass wir die Range dessen eigentlich ganz gut abdecken können, was es in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Häuser gibt. Zwei Beispiele, dafür haben wir zwei Herren, zweimal die Avantgarde der Energiewende, zweimal die besten Praktiker, die wir aufbieten können. Das ist Peter Burkhardt, der ist Solateur bei der Firma Sonnenplan und Stefan Korneck, er ist Solateur bei der Firma SCM Energy. Peter sitzt tief im Süden der Republik in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz und Stefan sitzt in Sachsen-Anhalt im Herzen der Republik in Salzwedel. Und gleichzeitig sind die beiden auch noch Vorstandsmitglieder beim VEG, beim Verband Energie erzeugende Gebäude. Fangen wir einmal an. Peter, eine ganz einfache Frage. Wenn ich heute ein Haus habe, egal ob aus den 30ern, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, Nullerjahren, 10er, 10er Jahren oder ein neu gebautes Haus. Wo funktioniert denn eigentlich eine Eigenenergieversorgung? Bei welchen Häusertypen geht es nicht? Also es gibt aus meiner Sicht keine Häusertypen, wo es nicht geht. Wenn man das möchte, geht das bei jedem Haustyp. Egal ob 30er Jahre Haus oder ein ganz neues Haus oder ein mittelaltes Haus. Also es geht überall. Man muss nur wollen. Und Stefan, ist das wirtschaftlich? Ja, und das hat aber auch damit zu tun, und das ist eine der wichtigsten Aussagen, die ich heute tätigen möchte. Die Leute sollen sich bitte nicht auf Aussagen und vor allen Dingen auch auf Produkte der Vergangenheit fokussieren. Weil tatsächlich, muss man sagen, hat es in allen Ebenen, und wir werden das heute nochmal ein Stück weit, glaube ich, sezieren, die einzelnen Bereiche, Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmpumpe. Und auf allen Ebenen, auf allen Produktebenen hat es in den letzten Jahren unfassbare, richtig, richtig gute Innovationen gegeben. Sowohl technologischerseits, natürlich auch preislicherseits hat es da Veränderungen gegeben. Und diese Innovationen, diese Verbesserungen, die natürlich auch mit Forschung und Entwicklung zu tun haben, die haben auch damit zu tun, dass wir heute zutage sagen, dass die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten, wie Peter es schon sagte, uns ganz andere Möglichkeiten gibt als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Und wenn wir Kritik oftmals wahrnehmen oder auch konkrete kritische Fragen in dieser Hinsicht, dann werden hier oft Beispiele genannt, die mit dem, was wir heute technologische Verfügung haben, nichts mehr zu tun haben. Und darüber lasst uns bitte heute reden. Es geht um Kosten- und Versorgungssicherheit und es geht auch um die Reduktion von CO2. Denn wenn ein Haus oder eine Heizung oder ein Auto CO2 emittiert, das wird in der Zukunft noch teurer. Aber selbst, wenn es heute einen Energiekostendeckel gibt und ganz vorneweg nochmal, bevor wir zu den Beispielen gehen, möchte ich das nochmal sagen, was ich in vielen Sendungen und auch vielen Veranstaltungen sage. Wir haben im Moment einen Energiekostendeckel, der geht bis April 2024 und dann kommt irgendwann die Heizperiode 2024, 2025. Bis dahin sind Ihre Kosten relativ kontrollierbar für Komfortstrom, für Wärme, für Mobilität. Da haben wir jetzt eine kalkulierbare Grundlage. Und was danach kommt, das steht in den Sternen. Und die gute Botschaft ist, bis Ende 2024 werden Sie mit den vorhandenen Ressourcen dessen, was installiert ist und von den Dingen, die als Technik zur Verfügung stehen, auf alle Fälle Ihre Eigenenergiewende organisieren können. Also nehmen Sie sich, sagen wir mal, einen Zeitraum von ein, anderthalb Jahren vor und dann werden Sie das auch hinbekommen. Oder ist das ein frommer Wunsch von mir, Peter? Ist das doch nicht so leistungsfähig? Nein, ich würde sagen, dass das durchaus realistisch ist. Steigen wir ein. Es gibt Häuser, die müssen saniert werden. Da kann man nicht einfach nur eine Photovoltaik drauf machen, Stromspeicher reinmachen, also nicht nur die Technik reinbauen, die sich für die Eigenenergieproduktion und Versorgung brauchen. Sie müssen auch was an einem Haus machen. Wir haben Filme schon darüber gemacht und daraus möchten wir jetzt zitieren, Ihnen einen Ausschnitt zeigen. Familie Opolka und das 50er Jahre Bauernhaus. Schafft man mit einem Hauskraftwerk null Energiekosten für Komfortstrom, Wärme und Mobilität? Vincent Urban von Sonnenplan hat es geschafft, dieses Haus seine benötigte Energie selber produzieren zu lassen. Wir fahren mit Vincent nach Blieskastel im Saarland. Dort soll ein altes Bauernhaus aus den 50er Jahren stehen, welches keine Energiekosten mehr verursacht. Also als wir das Haus gekauft haben, war es ziemlich abgerockt. Die Fassade war fertig. Im Haus war auch viel Schimmel, Kellerschwamm. Man konnte noch ein Teil vom Holzboden erhalten. Und alles andere war eigentlich fertig. Putzes runterkommen, die Decke runter, Stromkabel raus, Heizungsleitungen raus. Also die ganze Haustechnik raus und dann einmal neu. Wir liegen hier im Jahr bei Komfortstrom und Strom für Heizen, Kühlen, Warmem Wasser bei ungefähr 5000 Kilowattstunden. Für vier Personen, zwei Wachsende, zwei Kinder. Das ist ein super Wert. Also das kommt zum einen natürlich daher, dass hier zwei Komponenten, die sehr wichtig sind, gut zusammenspielen. Das ist einmal der Standard, der energetische Standard des Gebäudes. Also es ist auf einem sehr hohen energetischen Standard saniert, gedämmt, neue Fenster und so weiter. Das heißt, der Energieverbrauch ist von vornherein schon relativ niedrig. Dann kommt natürlich noch dieses Thema dazu, optimale Größe der PV-Anlage, großer Speicher. Und letztendlich auch noch ein kleines bisschen Nutzerverhalten, dass man sich ein bisschen einfach dem anpasst, wenn Strom da ist, nutzt man ihn. Wenn nicht, dann wartet man vielleicht noch eine Stunde mit der Wäsche. Es ist also möglich, selbst älteste Bestandsbauten auf ein energetisch niedriges Niveau zu bringen, welches die Energiekosten entweder wie hier komplett auf Null senkt oder auf ein beherrschbares, absolut niedriges Level. Aber was wurde hier genau saniert? Alles. Wir haben das Dach neu gedeckt, wir haben die Fassade gedämmt, neue Fenster, Geschossdecke gedämmt, Keller gedämmt, neues Heizsystem, also Heizkörper raus, Flächeheizung rein, Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Deckenheizung im Obergeschoss, Wärmepumpe, Stromleitungen neu, Wasserleitungen neu, also alles, was unterputzt ist oder Haustechnik betrifft, ist neu. Das Hauskraftwerk war von Anfang an im Spiel. Ja, das war von Anfang an geplant. Ganz einfach aus dem Grund, um so viel Strom, den ich produziere, selber zu verbrauchen und so wenig teurer Strom wie möglich inzukarfen. Und mit Wärmepumpe und Trinkwasserwärmepumpe und E-Mobilität, was noch kommt, müssen wir das auf ein ganz gutes Niveau schaffen. Brauchwasserwärmepumpe, Wärmepumpe für die Heizung. Für die Wärmerückgewinnung und den Komfort im Haus gibt es auch noch eine Lüftungsanlage. Die Photovoltaikanlage produziert so viel Energie, dass es sich Christian Opolka sogar leisten kann, die Batterien im Hauskraftwerk besonders schonend zu behandeln, wie man an dem gelb blinkenden Streifen erkennen kann. Das ist die Ladesperre. Ich versuche, den Akku ein bisschen zu schonen, indem ich nicht morgens, frühmorgens schon mit 100% den ganzen Tag stehen lasse, sondern erst gegen Abend dann mit der Leistung, die ich dann brauche, später laden lasse. Man kann diese Technik jederzeit nachrüsten. Die Technik ist flexibel. Gerade mit dem E3DC-Hauskraftwerk haben wir da alle Möglichkeiten. Man braucht vielleicht dann, wenn man es später nachrüstet, gewisse Zusatzkomponenten. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, das ist ohne Probleme möglich, das nachzurüsten. So sieht die Bilanz zum Zeitpunkt der Dreharbeiten aus. Ganz knapp ein Jahr nach der Inbetriebnahme der PV-Anlage und des Hauskraftwerks. Kosten für 1130 Kilowattstunden Netzbezug 340 Euro. Dagegen erhält Christian Opolka die Einspeisevergütung. Einspeisung 9133 Kilowattstunden für 7 Cent macht 639 Euro. Damit sind die Kosten für Komfortstrom und Wärme abgedeckt. Christian Opolka erwirtschaftet sogar noch einen Überschuss von knapp 300 Euro. Die Wärmepumpe ist ein wichtiger Baustein für die energiekostenfreie Zukunft. Denn sie befreit von den explodierenden Gaspreisen und lässt sich bestens mit Eigenstrom versorgen. In trüben Tagen kann man ruhig etwas Netzstrom für den Betrieb einkaufen. Die Einspeisung von Überschussstrom egalisiert die Netzstrombezugskosten. Dennoch hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass Wärmepumpen für alte Bestandsgebäude nicht geeignet seien. Das ist definitiv ein Vorurteil. Natürlich steht und fällt sowas auch mit dem Konzept. Man muss wissen, was man tut, man braucht die nötige Erfahrung, man muss die Planung im Voraus leisten. Aber dass Bestandsbauten nicht mit Wärmepumpen beheizt werden können, ist schlicht und einfach ein Mythos. Wo kommt der her? Tja, wahrscheinlich zu einem großen Teil auch lobbybedingt oder beziehungsweise aus der Historie einfach. So ein Heizungsbauer, der baut schon immer Öl- und Gasheizung aus, das brennt, aus Feuer entsteht Wärme. Das sind so Bilder, die man im Kopf hat. Aber das muss man einfach über Bord werfen und muss sich neuem öffnen. Und was die besonders gute Botschaft heute ist? Das funktioniert nicht nur hier in Blieskastel, sondern überall. Sie müssen es nur machen. Tschüss Energiekosten für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Schauen wir uns nochmal die technischen Daten des Hauses an. Und das Interessante ist, 1951 gebaut und dieser Zustand mit dem Verbrauch für die Wärme, das ist ein ganz typischer Zustand. Es gibt sehr, sehr viele alte Häuser in der Bundesrepublik Österreich und der Schweiz, die im unsanierten Zustand 32.000 Kilowattstunden Wärmebedarf haben. Peter, das ist kein Horrorszenario, sondern das ist wirklich für Hunderttausende von Häusern Realität. So ist es. Das sind ganz normale alte Häuser. Und ich meine, die ein bisschen über 30.000 Kilowattstunden, das sind 3.200 Liter Öl. Das ist ja für ein altes Haus, ist das ja nichts Unübliches. Und da besteht einfach Sanierungsbedarf. Peter, wir haben hier ein Beispiel. Hier ist einfach mal alles gemacht worden. Genau. Wobei ich ganz deutlich sagen möchte, dass es da keinen Zwang gibt, dass man unbedingt was machen muss, dass man unbedingt grundsätzlich dämmen muss. Sondern meine Empfehlung ist, dass man sich einfach das Haus mal anschaut und dann bei dem einzelnen Haus sich fragt, okay, was muss ich hier machen? Und ich meine, wenn jetzt da Fenster von 1960 drin sind, die wo auseinanderfallen, wo es einfach durchzieht und da ist einfach die Sache klar, die Fenster müssen gemacht werden. Oder wenn die Fassade rissig ist, dass da eh verputzt werden muss, dann ist natürlich in dem Fall meine Empfehlung, wenn ich was mache, dann richtig und dann auch mit Dämmung zu arbeiten. Und das wurde hier gemacht. Also das war ein Haus 50er Jahre. Da wurde seit dem Bau nichts mehr gemacht. Da war auch noch Kellerschwamm drin, die alten Ziegeln. Das heißt, da gab es Handlungsbedarf. Man musste einfach alles machen. Und da ist die Empfehlung, wenn du es machst, mach es richtig und nutze auch die Hilfen, also die KfW-Förderungen, die es da gibt. Und dann kann man sehr gute Ergebnisse erreichen. Und durch die Zuschüsse, die es da gibt, ist auch der Invest dann durchaus erträglich. Ja, also Peter hat es ja schon angesprochen. Das Thema Ökonomie ist ja auch etwas, was wir hier immer wieder klar im Vordergrund stellen, dass das Ganze sich natürlich auch für die Leute bezahlbar machen muss. Und ich kann das auch noch mal unterstreichen, was Peter sagte. Natürlich macht es Sinn, hier die, und das muss man sagen, im Altbau definitiv vorherrschende, umfangreiche Förderkulisse immer sehr, sehr umfangreich zu beleuchten. Das sind nicht immer nur Bundesmittel. Das können manchmal auch lokale oder Landesmittel sein. Und da wird man ein bisschen recherchieren müssen. Der ein oder andere Installateur kann da sicherlich auch unterstützen, helfen oder kennt auch diverse lokale Programme. Denn da kommt ja schon ein Stück weit ein Investment zusammen. Aber der politische Wille wird hier auch entsprechend begleitet und auch unterstützt, was entsprechende Fördermittel betrifft. Und das ist im Wärmebereich. Ob das die Umstellung auf die Wärmepumpe zum Beispiel ist, aber auch Dämmmaßnahmen werden da schon sehr, sehr umfangreich gefördert. Und ich denke, wir haben schon das eine oder andere gehört als Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Da wird auch noch einiges kommen oder werden es noch Modifizierungen aber in die positive, in die richtige Richtung geben. Und das kann man immer nur entsprechend hier empfehlen, natürlich auch das Investment ein Stück weit abzufedern und diese Maßnahmen entsprechend auch fördern zu lassen. Hier ist alles gemacht worden und durch Eigenleistung konnten die Kosten der Sanierung auch stark reduziert werden. Wenn man nichts macht, dann wird das natürlich teurer als hier in diesem Beispiel. Man kann aber sehen, welchen Benefit dieses Haus praktisch einspielt. Also wir kommen wirklich von enorm hohen Verbräuchen daher. Und jetzt kann man sehen, die Fassade ist gemacht worden, das Dach ist gemacht worden. Es sind die Fenster gemacht worden, wie Peter schon sagte. Es ist eine Photovoltaikanlage drauf gesetzt worden. Es ist ein Stromspeicher reingesetzt worden. Die Elektromobilität ist praktisch vorbereitet worden. Und an der Grafik können Sie eigentlich sehen, welcher Benefit dann das Haus einspielt und wie stark man die Verbräuche reduzieren kann. Und wenn Sie diese Verbräuche in der Form reduziert haben, dann haben Sie natürlich eine gute Chance, diese Verbräuche durch Eigenenergieproduktion wieder herein zu bekommen. Wir haben hier eine Photovoltaikanlage mit 18 kW Peak. Die kann sogar noch erweitert werden, wie Sie auf dem Bild hier sehen können. Dann ist ein Stromspeicher reingesetzt worden mit einer Batteriekapazität, die fast so groß ist wie die Leistungsfähigkeit der Photovoltaikanlage. Dann hat man eine Wärmepumpe reingesetzt. So, und da ist der Drops dann eigentlich schon fast gelutscht. Und wenn Sie jetzt mal schauen, den roten Streifen, wir haben 32.000 kWh Wärmeverbrauch vorher. Jetzt ist der Wärmebedarf auf 7.500 kWh gesenkt. Und der Augenmerk ist deshalb so groß, weil der Wärmebedarf ja tatsächlich der größte Energieverbrauch im Haus ist. Und wenn Sie jetzt sehen, 7.500 kWh Wärmeverbrauch des Hauses nach der Sanierung mit der Wärmepumpe und wir bringen durch die Photovoltaikleistung von 18 kW Peak 17.000, 18.000 kWh rein, dann kann ich Komfortstrom, Wärme bilanziell locker mit der Eigenenergieproduktion abdecken, Peter. Absolut. Also zwei Punkte sind ja hier bemerkenswert. Erstens, der Wärmebedarf hat sich um den Faktor 4 gesenkt. Das heißt, ich brauche jetzt noch ein Viertel des Wärmebedarfs von vorher. So, die zweite Geschichte ist die, dass es Familie Opolka geschafft hat, sich selbst Planungssicherheit zu schaffen. Die haben das so gemacht, dass sie Autarkien in der Größenordnung 80, 90 Prozent haben und dass sie weniger wie 1000 kWh im Jahr noch Fremdstrombezug haben und auf der anderen Seite aber viel einspeisen und für die Einspeisung mehr bekommen, als sie für die 800 kWh bezahlen müssen. Das heißt, Familie Opolka, die hat sich einfach Planungssicherheit geschafft und das ist ja gerade in den aktuellen Krisenzeiten ganz wichtig. Die Familie Opolka weiß die nächsten 20 Jahre, wie ihre Energiekosten aussehen und das ist eine besonders gute Möglichkeit und das ist auch eine Chance, wo man dringend nutzen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ein Aspekt, finde ich, wird hier zum Teil bei solchen Sachen immer noch maßlos unterschätzt. Sicherlich stellen sich, wenn viele Zuschauerinnen und Zuschauer die Grafik sehen, die Frage, was hat das gekostet? Die Frage kommt ja immer sehr schnell, was sind das für Investments, die dahinter stecken? Die Frage, die ich immer ganz gerne stelle ist, welche Entwicklung des Gebäudewertes hat es hier gegeben? Was ist das Gebäude vorher wert gewesen? Was ist das Gebäude nachher wert gewesen? Ja, denn das ist ja nicht eine Ausgabe, man muss immer als Unternehmer, kennt man das im Alltag, es gibt Ausgaben, es gibt Investitionen und das ist natürlich eine Investition auch in den Gebäudewert, in natürlich auch die Zukunftsnutzes dieses Objektes. Ich weiß nicht, ob da die Kinder das irgendwann mal nutzen werden. Darum muss man es natürlich betrachten und die Entwicklung zwischen einerseits, was hat das als Investition bedeutet und auf der anderen Seite, wie haben sich Gebäudewerte natürlich mit dieser Investition auch entwickelt? Das, finde ich, sind Fragen, die immer beide gestellt werden müssen. Kannst du da vielleicht zumindest zu den Investitionskosten was sagen? Ja, die Sache ist die, der Herr Opolka, der ist selbst Handwerksmeister, hat einen großen Kollegenkreis und konnte extrem viel selbst machen. Das heißt, nach meiner Einschätzung ist das Gebäude jetzt mehr wert, wie die ganze Musik gekostet hat. Das heißt, das ist ein Plusgeschäft und es ist natürlich so, wenn du ein Haus verkaufen möchtest, wo du 800 Kilowattstunden im Jahr nur kaufen musst, das sind 320 Euro bei 40 Cent, dann ist das natürlich ein ganz anderer Verkaufswert, wie wenn du jetzt für 3.000, 4.000 Euro irgendwelche Energien kaufen musst. Der Green Deal steckt ja hier in der Grafik drin und den will ich nochmal hervorheben. Wir haben gerade gesagt, dass wir den Wärmebedarf von 33.000 Kilowattstunden auf 7.500 Kilowattstunden gesenkt haben. Aber durch die Wärmepumpe müssen Sie ja nicht 7.500 Kilowattstunden Energie reinbringen, denn durch die Effizienz der Wärmepumpe brauchen Sie weniger. Und das steht hier eben auch, dass Sie einen Bedarf für die Wärmepumpe von 2.200 Kilowattstunden haben. Und dann kommt der Komfortstrombedarf noch dazu von 3.500 Kilowattstunden. Das heißt, wir sind beim Gesamtverbrauch für Wärme und Komfortstrom bei roundabout 6.000 Kilowattstunden. Das ist der Green Deal. Gut, das Haus ist ein Stückchen saniert, ist bestimmt gedämmt, also die Energieverbräuche sind runtergebracht. Aber, haben wir ja gesehen, hier steht Erzeugung ca. 16.000 Kilowattstunden, Autarkie 87%. Die Verbräuche sind runtergebracht worden, mit moderner Technologie wird Wärme produziert, Eigenenergie wird hergestellt, gespeichert, genutzt. Und das ist der Green Deal. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Peter, ist das ein Beispiel, das sich tatsächlich auf einen Großteil der alten Häuser übertragen lässt? Auf jeden Fall. Also für die alten Häuser, wo wirklich einen ganz schlechten Zustand haben, wo ein ganz hoher Sanierungsstau ist, ist das ein Fall, wo man dieses Musterbeispiel als Muster auch tatsächlich anwenden kann. Wofür brauche ich eigentlich einen Speicher? Brauche ich in dem Konzert einen Speicher oder würde mir das sozusagen mit einer reinen Photovoltaikanlage auch reichen? Der Speicher bringt einem die Planungssicherheit, weil ohne Speicher bin ich natürlich in der Art wieder abhängig, dass ich nachts den ganzen Strom 100% kaufen muss. Und insofern bin ich hier wieder den Energiepreisschwankungen ausgesetzt. Und mit dem Speicher habe ich halt eine hohe Autarkie. Hier in der Tat sehr hoch. Und eine hohe Autarkie heißt einfach eine ganz große Sicherheit und eine ganz große Planungssicherheit. Ja, also der Speicher bewirkt einfach, dass sie ihre Eigenenergie Nutzung in Zeiten transportieren können, wo sie keine Sondern zur Verfügung haben. Das ist ein Teil ihrer Unabhängigkeit. Das ist ein Teil der Ökonomie, weil die Eigenenergieproduktion, die ich preiswert herstelle, möchte ich natürlich auch nutzen. Und Unabhängigkeit funktioniert eben nur mit einem Speicher. Und es gibt noch viele andere Effekte. Es ist viel zu detailliert, möchte ich gar nicht beschreiben, was ein Speicher noch für sie tun kann. Aber das ist eigentlich heute, Stefan, in der Infrastruktur des Hauses wahrscheinlich jetzt immer gesetzt, dass man diesen Mehrklang hat. Photovoltaikanlage, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox. Ja, und was uns da perspektivisch noch bevorsteht an Möglichkeiten, an Potenzial, geht ja noch um ein Vielfaches weiter. Ich will jetzt gar nicht mit Bidirektionalität anfangen, das geht natürlich weit. Ich erzähle mal ganz gerne noch den Zusatz, wir müssen auch die Windenergie ganz gezielt in die Häuser bringen. Das ist meine Vision, die aber glaube ich gar keine Vision mehr ist, die einfach nur politisch jetzt mal langsam umgesetzt werden muss. Wir brauchen also flexible, intelligente Stromtarife, die also auch gerade in den Zeiten, wo die Photovoltaikanlagen ein Stück weit ihre Schwächeperioden hat, logischerweise von Herbst bis Frühjahr, also in den Winter, da haben wir üblicherweise deutlich mehr Wind als zu Zeiten, wo die Photovoltaik stark ist. Wir brauchen nur diesen Windstrom, der auch zu bestimmten Zeiten, da reden wir immer von dieser Volatilität, also von diesen entsprechenden Schwankungen. Und wenn wir hier es schaffen, auch diesen Windstrom lokal zu sehr günstigen Konditionen über sogenannte intelligente Stromzähler, Smart Meter in die Haushalte zu bringen und nachts um drei, wenn die Industrie den Strom nicht braucht, dann wird es in meinen Augen zukünftig absolut realistisch sein, dass der Strom dann halt auch für 10, 15 Cent angeboten werden kann. Und wenn ich dann so ein System habe, wo ich in der Lage bin, die Wärmepumpe mit Warmwasserspeicher, Pufferspeicher vorheizen zu lassen, den Batteriespeicher aufladen zu lassen aus dem Netz, dann haben wir das System erst richtig rund gemacht. Und dann reden wir nicht von 100 Prozent Autarkie, aber wir reden von einem nochmal nachhaltig zusätzlichen Mehrwert der installierten Infrastruktur für moderne Energietechnik und mit noch günstigeren Energiekosten. Und mehr geht dann einfach nicht. Und da müssen wir relativ schnell hin. Und die Infrastruktur, die hier mit dieser Investition getätigt wurde, ist ja dann schon da. Und ich kriege das dann nochmal ein Stück weit reduziert und gedrückt. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir relativ schnell auch hinkommen müssen. Und ich denke, das werden wir auch schaffen. Es wird immer gesagt, naja, im Winter, wenn ich die volle Leistung der Wärmepumpe brauche, kommt vom Dach nichts. Es gibt das Tal der Tränen und dann habe ich Netzbezug für meine Wärmepumpe. Da habe ich die Eigenenergie nicht wirklich zur Verfügung. Und da sage ich immer, nicht so schlimm, weil Bezug von Netzstrom ist bis heute per Gesetz nicht verboten. Das kann man ruhig machen. Kosten egalisiert man durch die Einspeisung in den schöneren Zeiten März bis Oktober. Aber, wenn Sie natürlich ein gut saniertes Haus haben, was gedämmt ist und die Energiebedarfe unten sind, dann können Sie doch tatsächlich relativ hohe Winterautarkie erreichen. Und das zeigt dieses Beispiel hier. Und da sehen wir, Peter, 57 Prozent Autarkie. Und da geht es nicht nur um den Wärmepumpenbereich, sondern insgesamt Autarkie von 57 Prozent in diesem Haus im Januar. Und dann Februar 75 Prozent und März 97 Prozent. Da sieht man auch, wenn eben die Verbräuche gering sind, erreiche ich selbst im Winter wirklich gute Autarkiewerte. Absolut. Ich meine, das ist ja sehr beeindruckend. 57 Prozent im Januar, da ist fast nicht zu glauben. Und was hier halt zusammenkommt, ist zum einen der niedrige Verbrauch, der sehr niedrige Verbrauch. Und zum anderen halt die große Photovoltaikanlage. Also der Herr Obröcker, der hat jetzt auch nochmal erweitert auf 25 kWp. Und das heißt, es wird jetzt noch ein bisschen besser werden wie hier, was ja schon nochmal komisch ist. Und was auch noch dazu kommt, muss man fairerweise auch sagen, da gibt es einen kleinen Kaminofen. Und es gibt noch Holz vom Bau, wo man einfach zersägt hat und wo man einfach jetzt noch ein bisschen verfeuert. Das heißt, die Familie Obröcker nutzt auch in den dunklen Monaten noch so ein bis zwei Schüttraummeter Holz, um dafür ein bisschen Wohnzimmer, wohlige Wärme zu sorgen. Ja, muss man dazu sagen, dass durch den wassergeführten Kaminofen tatsächlich Energie eingespart wird, den die Wärmepumpe dann sozusagen nicht braucht. Aber wir haben es in dem Beispiel mal durchgerechnet. Wenn ich mich so dunkel erinnere, wenn der Kaminofen nicht laufen würde, dann wären so 1000, 1500 Kilowattstunden mehr für die Wärmepumpe vielleicht, oder höchstens? Höchstens. Also 1000 wäre viel. Ich meine, zwei Schüttraummeter, mal grob jetzt überlegt, sagen wir mal 1,5 Steher oder 1,4. Und das sind 280 Liter Öl. Und ja, Faktor 1 zu 3 oder 1 zu 4, weniger wie 1000 Kilowattstunden. Also das lässt sich auch sehr gut darstellen, ohne einen entsprechenden Kaminofen. Nichtsdestotrotz zeigt diese Grafik aber eins der elementarsten Hinweise, die wir hier natürlich auch gerade heute geben müssen. Die PV-Anlage muss, das sieht man hier, wurde von einem Profi richtig dimensioniert. Und ich kommuniziere mal ganz bewusst so eine kleine Breitseite gegen die Meinung an den Häusle-Bauer oder auch Projektierer, der in der Vergangenheit Häuser mit einer 3,5 Kilowatt-Peak-Anlage in Verbindung mit einer Wärmepumpe bestückt hat und der Meinung ist, das haut bilanziell irgendwie wunderbar hin. Und da muss man einfach sagen, das ist der große Kontrast zwischen Theorie und Praxis. Um solche Werte zu generieren, wie wir sie hier haben, muss die Photovoltaik-Anlage wirklich eine bestimmte Größe haben. Und das geht dann schon deutlich über die 10 Kilowatt-Peak hinaus, so wie hier 15, 18, 20 Kilowatt-Peak. Und hier heißt wirklich das Motto, je größer, desto besser, um tatsächlich in den sonnenlichtarmen Zeitfenstern auch dieses rein oder oftmals rein zur Verfügung stehende Schwach- oder Diffus-Licht auch zu nutzen, um Wärmepumpen neuster Generation neben dem ganz normalen Hausverbrauch, denn auch der Verbrauch an Hausstrom durch Licht ist ja im Winter auch größer als in den Sommermonaten, hier entsprechend zu nutzen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis, macht die Photovoltaik-Anlagen entsprechend groß, um auch gerade in Verbindung mit Wärmepumpen auf Unabhängigkeits- oder Autarkiequoten größer 65, 70 Prozent zu kommen. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich sage immer, die Größe der Photovoltaik-Anlage entscheidet alles. Das ist die PS-Zahl, die Sie auf dem Dach haben. Ich weiß, dass viele Photovoltaik-Anlagen erst mal kleiner gebaut werden. Mit dem Hinweis kann ich ja später noch erweitern. Stimmt auch, erneuerbare Energietechnik ist sehr modular. Kann man modular aufbauen, kann man nachrüsten. Aber am einfachsten ist es natürlich zu sagen, komm, zumindest bei der Photovoltaik, wenn ich da rangehe, wenn ich da aufbaue, sollte man eigentlich das maximale Potenzial nutzen. Denn Strom kann man nie genug haben, oder? Ja, vor allen Dingen, ich komme wieder aus der ökonomischen Ecke. Die Photovoltaik-Anlage ist das, was ich, ob in der Altbau-Sanierung oder im Neubau, was ich investiere mit der schnellsten und attraktivsten Amortisation. Und das einzukürzen oder sogar wegzulassen, das ist einfach nicht klug. Das muss man einfach mal sagen. Und da wollen wir die Leute ja nicht überreden oder auch überfahren. Sie sollen ein Stück weit ihre Häuser so gestalten, wie sie es gerne möchten. Wer eine teure Küche und ein wunderschönes Bad haben will, wunderbar. Aber wir haben natürlich den Ansatz hier, auch das Thema Energieeinsparung und Optimierung aus der wirtschaftlichen Ecke immer wieder zu betrachten. Da muss man einfach sagen, die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe, sie ist das Einzige, was sich nachweislich rechnet und bezahlt macht. Alles andere ist Komfort. Naja, jetzt werden Sie sagen, das lustige Dreier-Trio, was da sitzt, das können die ja alles erzählen. Wenn ich so ein olles Haus richtig dämme und saniere und alles mache und alles Erledigtes, klar, dann sind die Energieverbräuche gering, dann kriegt man so fantastische Werte hin. Aber nicht alles kann man so teuer und schön und bestens machen, muss auch gar nicht. Wenn Sie ein Haus haben, ein Bestandshaus zum Beispiel, dann können Sie auch sehr gute Werte erreichen, ohne groß an der Gebäudehülle herum zu sanieren, wie bei dem Bestandshaus aus dem Jahr 1999 von Familie Winn war. Dieses Beispiel hier im rheinland-pfälzischen Obersimten ist ein Hoffnungsschimmer für unsanierte Bestandsbauten. Dieses unsanierte Gebäude benötigt für nur 68 Euro im Monat Energie aus dem Netz, für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Das Geheimnis? Statt Haussanierung, Produktion und Nutzung von Eigenenergie. Das Haus ist noch genauso, wie es 1999 gebaut wurde. Wir haben keine zusätzliche Dämmung aufgebracht, die Fenster sind noch dieselben. Das Einzige, was wir energetisch geändert haben, war die Photovoltaikanlage, der Speicher von E3DC und die Wärmepumpe. Eine zusätzliche Außendämmung hätte uns noch mal zusätzlich 40.000 Euro gekostet, die sich rein rechnerisch niemals amortisiert hätten. Komfortstrom, Wärme, Warmwasser, Mobilität. Alles läuft über das Hauskraftwerk von E3DC, dem Verwalter der Eigenenergieproduktion. Als All-in-One-Gerät ermöglicht ein Hauskraftwerk, die selber produzierte Energie maximal zu nutzen und ist im Notfall sogar netzunabhängig. Was für uns hier in der ländlichen Region auch relativ wichtig ist, ist die Inselfunktion, also die Notstromfähigkeit. Wir sind hier auf dem Land, wir haben noch Oberleitungen, also bei uns liegt der Strom nicht in der Erde, sondern geht noch übers Dach. Da fällt schon mal zwischendrin auch mal bei einem Unwetter der Strom aus. Ich habe mich für den Speicher von E3DC entschieden, speziell auch für die Pro-Serie wegen der hohen Entladeleistung. Und was für mich ganz weit im Vordergrund stand, war eben die Modularität. Das heißt, ich kann jederzeit noch einen Speicher anflanschen, ich kann die Wallbox damit connecten und so weiter. Das spielt alles zusammen und das war für mich halt schon wichtig, weil ich wollte nicht von dem, des und von dem, des und von dem, des, sondern alles aus einer Hand. Eigentlich war es ein Glücksfall, als es in der guten Stube genau zu Weihnachten so richtig schön kalt wurde, als so eine alte Ölheizung plötzlich den Geist aufgab. Nichts tat sich mehr. Die Bude blieb kalt und so erwies sich der Ölheizungsexodus als Geburtshelfer für die Eigenenergieversorgung. Und dann habe ich für mich oder für uns, für meine Frau und mich, recherchiert, dass eine neue Ölheizung inklusive neuer Tanks, neue Verrohrung, neue Pumpe und so weiter auf knapp 17.000 Euro gekommen wäre. Dann habe ich gesagt, das ist schon ziemlich viel, lass uns mal nach Alternativen gucken. Und dann kam die Firma Sonnenplan ins Spiel und hat uns die Wärmepumpe näher gebracht. Und im Endeffekt hat uns die Wärmepumpe abzüglich der Förderung der BAFA dann 19.000 Euro gekostet. Die Wärmepumpe kostete 31.500 Euro plus Außenaufstellung 3.500 Euro plus die Demontage des alten Öltanks und der Entsorgung 1.100 Euro. Abzüglich der BAFA-Förderung verbleiben 19.000 Euro Investitionskosten für die Wärmepumpe. Für eine neue Ölheizung inklusive neuer Pumpe, neue Tanks und Verrohrung wären dagegen rund 17.000 Euro Investitionskosten zu bezahlen. Hauskraftwerk und die Wärmetechnik werden sogar mit zwei Photovoltaikanlagen bedient, die zu unterschiedlichen Zeiten errichtet wurden. Das heißt 816 Euro Stromkosten fürs Jahr durch 12 sind 68 Euro im Monat. Also wie gesagt nochmal knapp 70 Euro Kosten für Heizung, Mobilität und Komfortstrom. Also das sind Top-Werte. Man sieht ja auch über das Jahr, was den Hausverbrauch angeht, Autarkie von 62 Prozent. Also ich würde sagen, das kann sich definitiv sehen lassen und ihr seid mehr als zufrieden damit, würde ich behaupten. Definitiv, wir würden es jederzeit wieder so machen. Diese Rechnung noch einmal. 2021 wurden für 32 Cent pro Kilowattstunde aus dem Netz 5300 kWh bezogen. Die Kosten für den Netzbezug betrugen also 1696 Euro im Jahr 2021. Dagegen kann die Einspeisung von ca. 8800 Kilowattstunden zum Preis von 10 Cent pro kWh gegengerechnet werden. 880 Euro. Dies ergibt in der Aufrechnung 816 Euro Energiekosten pro Jahr, macht 68 Euro im Monat. Die Umstellung auf Elektromobilität und Nutzung der Eigenenergie dafür ist ein enorm kostendämpfender Faktor im Familienleben geworden. Denn aus beruflichen Gründen ist jeden Tag Pendelei angesagt. Der Sprit dafür kommt über das Hauskraftwerk. Ich muss jeden Tag zur Arbeit fahren, das sind 100 Kilometer, 110 Kilometer, hin und zurück, hätte ich ungefähr 450 Euro im Monat nur Spritkosten, um mal eine Relation aufzuzeigen. Wir wären nicht mal bei zwei Monaten, was wir letztes Jahr für das ganze Jahr hatten. Es ist tatsächlich, wir haben es gerade ausgerechnet, 11.000 Euro, würden wir nach alter Währung noch für unsere Energie, also Strom, Heizen, Autofahren, bezahlen. 11.000 Euro im Jahr. Um solche Einsparungen erzielen zu können, musste Familie Winwar natürlich in die Infrastruktur für die Erzeugung und Nutzung von Eigenenergie investieren. Für Photovoltaik, Hauskraftwerk, Wärmepumpe, Wallbox und die Entsorgung der alten Ölheizung waren es hier, nach Abzug der Förderung, rund 64.000 Euro. Millionen Menschen, welche heute in unsanierten Bestandsimmobilien leben, hätten gerne solche niedrige Energiekosten und wünschten sich ihre Sorgen, vor steigenden Energiekosten loszuwerden. Aber das geht ja, wenn man es so macht, wie Familie Winwar mit ihrer Wärmepumpe, dem Hauskraftwerk, der Wallbox und der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Baujahr 1999 und auf der Grafik, da ist der entscheidende Punkt drauf, da steht nämlich energetisch unverändert. Und jetzt schauen Sie sich mal die Grafik an und die Zahlen, die da drauf stehen. Wir haben also einen Wärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden und der Strombedarf für die Wärmepumpe beträgt 7.200 Kilowattstunden plus den Komfortstrom, plus in dem Fall Ladestrom. Also hier ist der Einsatz für Elektromobilität größer als bei Familie Opolka. So, dann landen wir beim Gesamtverbrauch von 13.900 Kilowattstunden, aber links steht es, da hat man gleich eine große Photovoltaikanlage von 19,8 kW Peak drauf gemacht. Und viel Produktion, viel Verbrauch, aber der Verbrauch ist doch nicht so hoch. Also wenn ich jetzt sage, wir sind in die Gebäudehülle nicht rangegangen und die Wärmepumpe nimmt 7.200, würde ich sagen, okay, einverstanden geht auch, Peter. Auf jeden Fall. Ich meine, hier haben wir ein Beispiel, wo einfach Fassade, Fenster und so, Dach, wo einfach in Ordnung ist. Und dann macht es ja wirtschaftlich gar keinen Sinn, da jetzt ranzugehen und das Bestehende, was gut ist, quasi wegzuwerfen und dann was neu zu machen. Sondern man hat das einfach so gelassen, da sind auch Heizkörper drin, hat die Haustechnik einfach abgegradet. Nach 23 Jahren kann man das ja auch mal machen, zumal der Ölkessel einfach kaputt gegangen ist. Und wie gesagt, hat man hier die Haustechnik abgegradet und hat dann auch hier ähnlich gute Ergebnisse wie bei der Familie Opolka. Ja, bei Opolka haben wir nochmal zur Erinnerung 2.200 Kilowattstunden Verbrauch für die Wärmepumpe. Hier in dem Fall sind es jetzt, wie Sie sehen können, 7.200, das ist natürlich 5.000 Kilowattstunden mehr. Aber durch die große Photovoltaikanlage kann das Haus ganz gut reinwirtschaften. Auf jeden Fall. Ich meine Autarkie 2022, 66 Prozent. Wir haben ja vorhin über das Thema Sicherheit und Planungssicherheit gesprochen. Und auch hier hat Familie Winwar absolute Planungssicherheit mit ihren Energiekosten, weil halt der Reststrombezug einfach sehr, sehr niedrig ist. Stefan, jetzt würde man sagen, naja, 5.000 Kilowattstunden mehr für die Wärmepumpe. Komfortstrombedarf ist gemacht, ist da. Gut, jetzt ist ein altes Haus, nicht ganz so vergleichbar von dem Baustandard her. Aber da würde ich mal sagen, wenn ich jetzt mal 5.000 Kilowattstunden mehr Wärmepumpenverbrauch einkassiere, ohne Dämmung und so weiter, würde ich sagen, da wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, eine Refinanzierung der Dämmung darstellen zu können. Ja, und das haben wir ja schon oft genug auch in anderen Sendungen gesagt. Wenn wir über verschiedene Maßnahmen sprechen und Investitionen, die den Wärmebedarf senken sollen, dann ist nachweislich der größte Hebel die Heizungstechnik. Und wir empfehlen jeden, hier zu starten, hier zu beginnen. Und auch wenn, wie gesagt, Investitionsmittel trotz Förderung ein Stück weit beschränkt sind, dann ist es aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoller, alle weiteren Maßnahmen, die dann sehr schnell in Richtung Dämmung gehen, Fenster, Türenausbau, die dann im Nachgang Zug um Zug zu machen. Aber der größte Hebel, das größte Einsparpotenzial generiere ich mit so einer Heizung. Und wir haben viele Fälle, wo wir tatsächlich auch hier einen sehr, sehr einfachen, wir nennen das Kesseltausch, generieren. Und mittlerweile bin ich schon jemand, der auf die Frage, was kostet denn sowas, sage ich, naja, so eine Wärmepumpe, das ist jetzt auch nicht so teuer im Tausch. Da reden wir über drei bis vier Familienurlaube. Das ist meine Währung, um Leuten das klarzumachen, ich will euch nicht in Urlaub nehmen, aber es ist halt nicht unbezahlbar. Ihr fahrt mit dem, was ihr investiert. Wir reden da sehr häufig, ich sage mal so, roundabout zwischen 18.000 und 25.000 Euro. Das ist ein bisschen von den Größen abhängig für so einen Austausch einer Wärmepumpe. Förderung wird dann auch nochmal ein Stück weit vielleicht hier und da abgehen. Aber in diese Größenordnung geht das sehr häufig, je nach Hausgröße. Und das bezahlen Leute innerhalb von zwei Jahren für drei, vier Familienurlaube. Das muss man auch mal sagen. Ja, wir haben in sehr vielen Sendungen, meine Damen und Herren, immer wieder gezeigt, dass selbst wenn sie so etwas über Kredit finanzieren, dass in vielen Fällen die Kreditrate niedriger ist, als das, was sie an konventioneller Energie vorher bezahlt haben. Oder einfacher oder klarer ausgedrückt, sie zahlen ab und haben trotz Abzahlungsrate entweder niedrigere Kosten als vorher für die konventionelle Energie oder relativ gleichbleibende Kosten. Und Peter sagt immer, diese Anlagen zahlen sich von selber ab. So ist es. Und was hier auch noch in dem Beispiel die Besonderheit ist, ist ja der Verbrauch von 14.000 Kilowattstunden. Der ist ja insgesamt recht hoch. Und der Hintergrund ist ja, weil da ein ganz großer Batzen E-Mobilität noch dabei ist. Der Herr Winver muss weit fahren. Das heißt, die haben zwei Autos, haben die Verbrenner weg und E-Autos dazu gemacht, haben mit den E-Autos 66 Prozent Autarkie. Das heißt, die haben nicht nur Planungssicherheit, was die Energie des Hauses betrifft, sondern die haben auch eine ganz große Planungssicherheit, was jetzt der Energiebedarf für das Autofahren betrifft. Ja, muss man ganz klar sagen. Also wenn Sie ein nicht saniertes Bestandshaus haben und Sie nehmen mal die Elektromobilität raus, dann landen wir da unter 10.000 Kilowattstunden. Und da haben Sie mit einer Photovoltaikanlage schon relativ gute Chancen, das auch wieder reinwirtschaften zu können. Also ich sage immer, das sind Low-Hanging-Fruits, die man da ernten kann, ohne große Sanierungsmaßnahmen zu machen. Und vor allen Dingen das Beispiel, was wir hier haben, hier ist die Umsetzung noch relativ schnell. Wir brauchen eine Photovoltaikanlage, wir brauchen einen Stromspeicher, eine Wärmepumpe. Und wir sehen jetzt auch hier da, was drauf ist. 19,8 kW Peak, Photovoltaikanlage. Und jetzt wiederholt sich der ganze Kram. Ein Stromspeicher, Sie haben eine Wallbox, Sie haben eine Wärmepumpe. Also, die Rezepte sind ja eigentlich relativ langweilig gleich. Völlig langweilig. Also wenn ich mich unabhängig machen will, dann produziere ich meine eigene Energie. Und mit dieser Energie mache ich mein Haus warm, mache mein Duschwasser warm und fahre Auto. Das ist eine ganz langweilige Geschichte, ist fast schon trivial. Nein, das ist nicht langweilig, das ist konsequent. Da muss ich hier mal ganz klar widersprechen. Es ist die konsequente Umstellung auf Strom als einzige Energieart der Zukunft. Und die Berechenbarkeit, was Verfügbarkeit von Strom betrifft, sowohl im Bereich der eigenen energetischen Erzeugung als auch, was ich mir noch zukaufe. Da ist die Differenzierung, was Öl oder Gas oder halt Strom betrifft, glaube ich, ziemlich eindeutig. Und das ist sehr oft in meinem Alltag die Entscheidungsgrundlage, dass Leute sagen, ich entscheide mich bewusst für Strom als die Energieart der Zukunft für alles, über alle Sektoren. Und das möchte ich zum großen Teil selber machen und plane langfristig. Und wir kommen sicherlich gerade aus verrückten Zeiten, was Strompreise betrifft. Aber das Potenzial und die Tendenz, dass sich Strompreise langfristig so ein Stück weit stabilisieren, dass erneuerbare Energien mittel- und langfristig da auch kostensenkendes Potenzial haben, da glaube ich dran. Das muss auch so kommen. Und das ist wesentlich berechenbarer als mit Kohle, Öl oder Gas oder was auch immer. Wo wir vorhin gesprochen haben, dass die Familie Winwer und die Familie Opolga, dass die jetzt Planungssicherheit haben. Das gilt ja auch für unsere Gesellschaft. Wenn wir unseren Strom einfach erneuerbar produzieren und dann sind wir unabhängig von Energieimporten. Und wir haben jetzt ja in den letzten Monaten gesehen, wo diese Abhängigkeit von konventionellen Energieimporten, wo uns das hinführt und wie uns das Probleme bereitet. Und insofern gibt es ja auch gesamtgesellschaftlich die Möglichkeit, einfach die Verantwortung für die Energieproduktion selbst in die Hand zu nehmen und in unserer Gesellschaft die Energie selbst zu produzieren. Und das geht halt mit erneuerbaren Energien so, dass ich aus Wind und Sonne und noch ein paar anderen Geschichten einfach Strom mache. Das ist der Punkt. Jetzt sind wir uns wieder einig. Bleiben wir bei dem Thema, dass das Ganze langweilig ist von der technischen Ausstattung. Also es ist relativ einfach zu verstehen. Sie brauchen eine leistungsfähige Photovoltaikanlage, Stromspeicher, Wärmepumpen und eine Wallbox. Und E-Mobilität spielt deshalb so eine große Rolle. Wir haben ja hier tatsächlich größere Verbräuche für die E-Mobilität. Führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ich spreche es trotzdem mal kurz an. Denn die E-Mobilität veredelt natürlich ihre Eigenenergieproduktion am allerbesten, weil nirgendwo sonst ist die Einsparung so groß im Vergleich zum Bezug fossiler Treibstoffe beim Auto. Deshalb ist die E-Mobilität eigentlich fast schon mitgesetzt in dem Konzept. Absolut und hinter solchen Statistiken, ich erkenne also Stück weit auch meine Werte, steckt natürlich auch, dass es auch völlig legitim ist, zum Beispiel wie ich das mache, zu sagen, im Sommer lade ich mein Elektroauto oder meine Elektroautos vermehrt zu Hause. Und im Winter mache ich es natürlich eher auf Arbeit, weil da auch nochmal andere Größenorden der Photovoltaikanlage dahinter stecken oder weil sie es einfach praktikabler anbieten lässt. Und sowas wird hier zum Teil ja auch sein. Da müssen wir auch hin, dass Elektroautos nicht mal nur zu Hause geladen werden, sondern natürlich auch da, wo sie stehen. Das ist überwiegend, ob nur auf Parkplätzen oder beim Arbeitgeber auf Arbeit. Und da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Wichtig ist, dass wir hier diese Elektrifizierung in der Konsequenz und da gehört die Elektromobilität natürlich auch dazu weiter forcieren. Müssen wir nochmal ganz konkret sagen, Wärmepumpe, das funktioniert für alle Häuser, nicht nur für Neubauhäuser und nicht nur mit Fußbotenheizung. Das ist ein altes Vorurteil. Dazu haben wir hier beim VEG auch eine Sendung produziert, die Sie sehen können. Wenn die Sendung ausgestrahlt ist, ist der Link hier auch zu finden. Und Peter, ich frage es mal zur Sicherheit. Keine Angst vor der Wärmepumpe. Wärmepumpe geht in allen Häusern auch ohne Fußbodenheizung. Ist das so? So ist es. Winver hat ja Heizkörper. Dann gibt es genug andere Beispiele. Hausbaujahr 1930. Ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert mit Heizkörpern. Also da braucht man keine Angst haben. Man braucht halt einen Fachpartner, der einfach das gewohnt ist, der sich in diesem Thema Wärmepumpe einfach auskennt und der die entsprechende Expertise hat. Und ansonsten ist auch eine Wärmepumpe eine alte Technik und das gibt es schon recht lange. Und jeder hat auch Wärmepumpen zu Hause. Heißt halt Kühlschrank und Gefriertruhe. Das heißt, da braucht man auch keine Bedenken zu haben. Es gibt ja auch keinen, der bei seinem Kühlschrank jetzt irgendwie Bedenken hat, dass der nicht kalt macht. So, nun ist die Frage, wie setzen Sie den ganzen Kram um? Also Sie haben gesehen, die Rezepte sind relativ gleich und eindeutig, was man machen muss. Dieses Rezept funktioniert, Stefan, müssen wir kurz sagen, eigentlich so in der Art und Weise. Nicht nur für Privathäuser. Das funktioniert auch für Mehrfamilienhäuser und das funktioniert auch fürs Gewerbe. Das finde ich ganz interessant, dass über all die Jahre sozusagen die Rezepte, die man da angeht, sich gleichen. In veränderte Dimensionen ist das Beispiel auch für diese anderen Kategorien übertragbar. Genau. Und da erleben wir ja momentan nicht nur, weil es politischer Wille ist, sondern weil natürlich auch die gesamten Energiekosten diese Tendenz, die über Jahre schon vorausgesagt wurde, sich so entwickelt haben. Plus das, was ich eingangs sagte, die technologischen Entwicklungen der Systeme. Hier sei nur ein Beispiel genannt. Wir haben seit zwei, drei Jahren, würde ich behaupten, eine konsequente Umstellung bei allen Wärmepumpenherrschern, bei allen Großen, auf die sogenannte Inverter-Technologie. Das heißt, Wärmepumpen haben mittlerweile ein Gaspedal. Das heißt, im Unterschied zu früher, wo die mit sehr, sehr hohen elektrischen Leistungen gearbeitet haben, bei 15, 20 Jahre alten Wärmepumpen, da hat so eine Wärmepumpe mal schnell 3, 4, 5 kW elektrisch gezogen, was natürlich für uns, für die solare Unterstützung in Sonnenlicht, in so schwachen Zeitfenstern sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, heutzutage eine topmoderne Wärmepumpe, auch im Altbau, bei Außentemperaturen von 5, 6 Grad läuft bei 30, 40, 50 Prozent dank dieses Gaspedals und hat dann maximal eine elektrische Aufnahmeleistung von, was weiß ich, 1,5 kW oder 2 kW. Das ist ein Föhn, das ist ein Staubsauger. Das muss man den Leuten mal sagen. Und diese reduzierten Leistungen, die wir dann nur noch benötigen, um trotzdem Wärmekomfort zu gewährleisten, macht es uns wieder einfacher, auch eine solare Abdeckung zu generieren. Und so kommen solche Statistiken zustande, dass wir jetzt, und da glaube ich dran, Jahr für Jahr die solaren Abdeckungsquotienten immer weiter verbessern werden, weil die Technologie sich entsprechend auch verändert. Ein Stück weit, muss man auch fairerweise sagen, hat der Klimawandel natürlich auch seinen Anteil. Die kalten Temperaturen haben wir nicht mehr so in dem Maße. Die Energiewende hat hier auch seinen Beitrag, dass die Wärmepumpen, gerade die Luftwärmepumpen, es auch einfacher haben, verbesserte Jahresarbeitszahlen Stück für Stück zu generieren. Und Tage, wo die Wärmepumpen an ihre Leistungsgrenzen geraten, also deutlich unter minus 7, minus 10 Grad, werden immer weniger, zumindest im Flachland. Und das spielt da auch entsprechend rein. Aber das machen wir uns natürlich zunutze. Und da ist das Ende der Musik noch lange nicht gespielt. So, jetzt haben wir Ihnen gesagt, wie wunderschön das Ganze funktioniert und wie gut das alles geht. Aber es muss ja umgesetzt werden. Und da fangen die Probleme dann richtig an. Denn man muss jemanden finden, der das richtig mit einem konzipiert, der es auch umsetzt. Und das kriegen Sie bestimmt auch mit. Die Branche ist relativ gut ausgelastet und viele Solateure haben genug zu tun und winken ab. Und man hat natürlich auch das Problem, muss man ganz klar sagen, dass das, was wir als Konzept vorschlagen, noch lange nicht von allen Solateuren so empfohlen wird. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Beratungsqualitäten, muss man irgendwie ganz gut sagen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb es sich eben auch lohnt, dass Sie sich diese Sendung angucken oder angeschaut haben. Sie müssen im Grunde genommen ein gewisses eigenes Know-how haben, diese Dinge auch fordern, einfordern zu können. So, wie wir gerade gesagt haben, in dieser Konfiguration. Und dann müssen Sie einen Fachpartner finden, der es mit Ihnen realisiert. Es gibt einen relativ simplen Weg. Nicht immer können wir weiterhelfen, aber wir bemühen uns. Es gibt eine Kontaktseite des VEGs. Unter ve-eg.de können Sie diese Kontaktseite einblenden. Und da ist auch eine kleine Bedarfsanalyse. Und in der Bedarfsanalyse fragen wir ganz bestimmte Punkte ab. Wie hoch ist der Energiebedarf? Wie hoch sind Ihre Energiekosten? Was planen Sie? Was möchten Sie haben? Wenn Sie mit Fachleuten zusammenarbeiten, werden diese Fragen sowieso auftauchen. Das können Sie schon mal aufschreiben. Und dann matchen wir aus Ihrem Postleitzahlengebiet sozusagen die Anzahl der Solateure, die wir kennen, die gut sind. Nicht immer klappt die Vermittlung, aber man muss es mal probieren. Und das ist auch die schwierigste Frage. Stefan, wie finde ich denn einen guten Solateur? Tja, auch wenn wir Tempo machen müssen bei der Energiewende, das widerspricht sich vielleicht ein Stück weit, müssen wir hier sagen, Geduld ist da vielleicht auch eine oftmals erforderliche Tugend. Ich glaube, es ist schon wichtig, den richtigen Partner zu finden, wo man auch Vertrauen zu hat, dass genug Kompetenz vorhanden ist, das auch wirklich zu machen. Wir brauchen neue Kollegen, die sich dem Wärmepumpenthema widmen. Und wie gesagt, ich war ja erst vor kurzem auf der Sanitärheizungsleitmesse in Europa, der sogenannten ISH in Frankfurt. Und da konnte man schon sehen, dass der Öl- und Gaskessel wirklich ein Stück weit in den Hintergrund rückt und die ganze Branche auf Wärmepumpe geht. Und auch viele, viele Installateure sicherlich sich dem Thema widmen. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn es Fachleute gibt, die sowohl den elektrotechnischen Part und auch die Photovoltaikennage als auch die Wärmepumpe aus einer Hand anbieten. Das sind Schnittstellen, die schon einen riesengroßen Vorteil bieten. Das kann der Markt aber nicht vollumfänglich gewährleisten. Das muss man leider so sagen. Am Ende ist es so, es braucht ein Stück weit Erfahrung, es braucht auch ein Stück weit Überzeugung. Also ich empfehle immer jedem, mit jemandem ein Geschäft zu machen, der auch überzeugt davon ist, was da installiert wird. Ich habe noch nie ein Elektroauto bei jemandem gekauft, der sagt, ich mache dir einen guten Preis, aber eigentlich finde ich Elektroautos doof. Und das würde ich auch so übertragen im Heizungsbereich. Wenn jemand eine Wärmepumpe anbietet, sagt, aber eigentlich glaube ich nicht dran. Und die alten Gasheizungen sind viel besser. Da hätte ich meine Probleme mit. Und das ist vielleicht so eine Empfehlung, da tatsächlich ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und auch nach Erfahrung, Referenzen zu schauen. Und am Ende, ohne Geduld wird es nicht gehen, weil tatsächlich momentan Vorlaufzeiten, das hat nicht nur mit den Aufträgen der Installateure zu tun, sondern zum Teil auch noch mit der Lieferkettenproblematik, die immer noch im Markt eingreift. Und dieses Wachstum, die Hersteller, muss man wissen, sind immer noch dabei, ihre Produktionskapazitäten geradezu für drei, für vierfachen. Also die sind schon dabei, ihre Hausaufgaben zu machen. Aber auch das geht nicht von heute auf morgen und braucht seine Zeit. Und die Nachfrage ist zum Teil ja auch immer noch höher. Und das ist auch gut so, dass wir hier diese konsequente Umstellung jetzt haben. Und wenn die neue Förderkulisse, die auch schon angekündigt ist, da noch ihr Übriges tut, dann wird das so seinen Teil beitragen. Wichtig ist, dass es gemacht wird. Da kommt es vielleicht auf den Monat oder das Jahr jetzt nicht direkt an. Wichtig ist, dass es gemacht wird. Wir haben ja hier in der Sendung Komfort, Strom, Wärme und Mobilität zusammengedacht. Aber viele Installateure machen gar nicht die Wärme. Die machen eben nur Photovoltaik oder die Wallbox. Kann man das auch aufsplitten oder sollte man von vornherein darauf achten, dass der Installateur das komplett anbietet? Ich sage mal so, wenn das natürlich aus einem Guss kommt, das hat schon Vorteile. Ja, jetzt ist es natürlich so, jetzt kann es ja sein, dass ein Kunde einen guten Draht zu einem guten Solateur hat, wo das Heizungsthema jetzt nicht mit anbietet. Das ist ja auch eine Möglichkeit, das sollte man sich nicht davor verschließen. Dann muss man halt schauen, dass ich das aufsplitte. Natürlich, wenn ich dann Wärmespeicherkonzepte umsetzen will, wo dann die Wärmepumpe von der Photovoltaikanlage ein Signal kriegt. Klammer auf, was auch nicht immer sein muss. Also wenn ich jetzt eine kleine Photovoltaik habe und habe einen großen Wärmebedarf, dann bringt das nicht viel, weil da nicht viel zum Speichern ist. Also wenn ich aber solche Schnittstellen möchte, dann wird es natürlich schwierig, wenn ich das auf zwei Gewerke aufteile. Weil diese Schnittstelle dazwischen, da muss ich mich dann eigentlich selbst drum kümmern. Das macht nicht der eine, also der Elektriker macht nichts an der Heizung vom Heizungsbauer und der Heizungsbauer macht auch nichts am Smart Grid Ready Modul vom Photovoltaikmann. Ein kluger Installateur im Bereich der Photovoltaik sucht sich, wenn er es nicht schon hat, einen Partner aus dem Heizungsbereich. Und der genauso kluge Installateur aus dem Heizungsbereich, der Wärmepumpe installiert will, sucht sich dann einen guten, seriösen Partner aus dem Bereich der Photovoltaik. Das ist für mich ein Stück weit eine Lösung oder ein Ansatz, ein strategischer Ansatz, wie wir in der Branche hier weiterkommen mit diesem Thema Sektorenkopplung. Dass es da ein stärkeres Zusammenwachsen zwischen dem Installieren der Photovoltaik und der Wärmepumpe gibt. Und das ist auch über Kooperation sicherlich möglich. Da müssen beide Gewerke in den verschiedensten Regionen einfach noch menger zusammenwachsen. Und da sehe ich auch zum Teil Institutionen wie die Handwerkskammern, auch ein Stück weit zum Beispiel in der Pflicht die Innung, da tatsächlich auch mit die Dachdecker müsste man da noch viel mehr mit reinziehen. Tatsächlich dieses riesengroße Projekt Energiewende so zu forcieren, dass man da einfach Hand in Hand noch enger zusammenarbeitet. Und dann kann das auch funktionieren, auch wenn es mal nicht direkt aus einer Hand aus einem Unternehmen herauskommt. Also einen Tipp möchte ich noch den Kunden mit auf den Weg geben. Das eine ist, dass man wissen muss, was man will und sich das gut überlegen muss und muss sich selbst darum kümmert. Und das andere ist aber auch, dass ich rate, einfach genau zuzuhören. Weil ja jeder Anbieter das einem rät, was er selbst macht. Und wenn dann ein Anbieter kommt, der rät einem zu einer Gasheizung und erzählt, dass was anderes vielleicht nicht geht, dann heißt das einfach übersetzt, okay, das ist jetzt jemand, der halt nur Gasheizungen macht. Und wenn ein anderer kommt und rät eine Hybridlösung für ein normales Haus, dann ist das halt auch jemand, wo auch aus dieser konventionellen Richtung kommt und jetzt sich nur getraut hat, bis in die Hybridgeschichte vorzustoßen. Und ein anderer, der sagt halt, Mensch, Wärmerpump ist gar kein Problem, können wir machen. Das heißt, man muss da einfach nur zuhören und darf sich nicht verwirren lassen, weil zehn Leute zehn verschiedene Dinge sagen. Man muss einfach wissen, was man will und dann zuhören. Und dann merkt man, okay, wer kann das, was ich möchte, am besten umsetzen. Vielen Dank, Herr Peter Burkhardt und Stefan Korneck für diesen Einstieg in die Beratung, wie man in die Eigenenergieversorgung richtig einsteigen kann. Und wir merken ja, wie instabil unsere Systeme werden, wie Preise plötzlich steigen, wie Versorgungssicherheit in Frage steht. Und jetzt gerade aktuell auch plötzlich Banken anfangen zu wackeln. Also egal, wie wir das sehen, wie wir das alles bewerten. Eines ist uns doch eigentlich klar. Die Sicherheit steigt ja nicht. Wir werden ja immer unsicherer. Wir werden ja immer wackeliger. Und wenn Sie Ihre Energieversorgung für Komfortstrom, Wärme und Mobilität in den Griff bekommen, dann gewinnen Sie für sich und Ihre Familie und auch für Ihren Betrieb, wo immer Sie es anwenden, ein unfassbares Maß an Sicherheit. Und das ist echt wichtig, es heute zu machen. Es rechnet sich ökonomisch, es rechnet sich ökologisch und Sie gewinnen Sicherheit. Und das ist der Green Deal, den Sie machen können. Das war eine Sendung des Verband Energie erzeugende Gebäude. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.